ja moin Trier es ist soweit der erste neun steht vor der tür morgen hier große everwrestling party mit dem hauptakt hier mit dem Ulrich der fährt hier morgen zweihensig mal den berg hoch und runter und glaubt mir der fährt nicht der knallt den richtig hoch und richtig runter wir würden uns freuen wenn ihr ab morgens 37 in der strecke seid den Ulrich anfeuert an einem ganz steilen stück ganz am anfang mit 25 prozent da dürfte noch hin ansonsten die strecke gesperrt feiert mit uns morgen richtig einen durch und dann wollen wir sehen was am ende bei rauskommt Ulrich ja die arbeit ist getan jetzt wird abgeliefert kommt morgen vorbei brüllt mich an schreit mich an macht was ihr wollt hauptsache laut und ja wir bringen das ding morgen ins ziel und nicht nur der hauptakt Ulrich ist morgen für euch am start sondern wir haben auch fünf live bands es kommt der klauen der lolek für die kids von 12 bis um eins wir haben kaffeekuchen fleisch und bier und alles angetreten was euch vorstellen könnt alles für einen guten zweck morgen könnt ihr zeigen wo er steht danke